So, jetzt haben wir noch das hier. Nein, oh. Und zack. Und noch ein paar. Und noch ein paar. Yeeeeh. Noch ein paar. Ich mach die hier mal rein. Ach, du machst jetzt hier die Scheine rein. Ich würde da die Scheine rein machen. Aber egal. So, warum machen? Das kannst du da auch mal rein stopfen. Das ist doch kein. Jupp. Ah, Stein hab ich auch noch ein bisschen, zack. So. Ah, ich geh mal ein bisschen Stein holen, wieder von da drüben. Knallen wir uns dann die Kisten wieder zu. Im Endeffekt haben wir alles nur von A nach B, aber naja. Ach, ja. So. Lauf, mein kleiner Neger, lauf. Ja, komm, geh, zack. Ähm. Boah. Die Sonne geht aus. Oh, yeah. Oh, man, ey. Brauchen wir auch. Oh, Alexa. Ich will das nicht mal sagen. Das ist einfach schon angewohlen heute. Leute. Leute. Ich bin über die Leiter geglitscht. Über die Leiter muss ich jetzt auch wieder abhauen. Was? Bist du über die Leiter geglitscht? Scheiße. Oh, nee. Mann, ey. Warum hab ich meine Füße nicht im Griff? Warte mal ganz kurz. Ah. Leute. Ah. Fuck den, Neger. Ah. 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 Scheiße Kabel rausgezogen hat eben. Mann, man, man, ey. hab ich das kabel was zu meinen kopfhörern geht von meinem turmischpulte rausgezogen die ganzen latinne wieder abbauen wir brauchen wir im prinzip jetzt nicht mehr an der außenseite von dem turm ja gut da bauen wir dann auch später hoch oder meinst du an dem ach an dem als so ok ja so hier so zack und noch mal nicht mal erst mal gerade den kleinen der rüber rennt und das hier schon wieder fast dauert noch ein bisschen paar minütchen ist das feld wieder voll wieder komplett dass man es ernten kann zweitens fällt mhm oh yeah ja was essen und bisschen laufen und was soll er trinken jetzt zieht die mauer länger aus eindeutig okay mal gerade umdrehen ja jetzt sieht's geil aus was kommt einem irgendwie trotzdem voll klein vor keine ahnung warum also mir kommt ein bisschen klein vor weil das würde ja im endeffekt das ganze gebiet sein was so was dann eingeschlossen wird weil die geht ja jetzt nur nach hinten weg noch drei kilometer ja ja gut wir haben nach hinten noch voll viel platz und von der breite finde ich das gar nicht so breit was sie haben an gebiet jetzt wo wir es immer noch genug um jede menge scheiße noch hinzubauen ja so mag hat die vierte so als habe ich alle steine von hinten weggeholt sehr gut jetzt haben wir alles dahinten einzige was wir jetzt wirklich haben ist er hat eine Mauer auf wenn wir auch von unseren Bekumen aus rausgucken ja was sicherheits und um in dem Akkurs kann ich mir eigentlich nicht aber wir haben das Wasser haben wir immer noch mehr das können wir auch lassen also schon ging gut immer noch eines können wir das mit dem wir verleten hatten die paar Dinger da was die Verding du meinst das was der Wasser Kram da warum du meinst den Balkon oder was meinst du ganz einfach die Richtung ja was willst du damit können wir eigentlich jetzt so ernten die paar Dinger die da noch nicht ja pff genau ne paar die mal die Nuten warten ja da warten wir halt noch hab ich noch grad ein paar ständig abliefern muss hier so yeah zack und dann das hier rein und äh ah shitty so mach ich das hier auch noch mal ab stein 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 wünsche mir noch mehr Ziegelstein ja ja so holen wir mal so halt da komm hier pro-like und fertig ach ich hab jetzt noch zwei Drohnen das was machst du gar nix schwarzer schwarzer aua ich finde ich politisch unkorrekt dass du mich schlägst Pierre ja ja du redest du hast bei dir aber oh Gott ich spreche dir noch so hallo ja ich halte ich schon noch ist gut jetzt weiß ich nicht mehr also oh Gott you nigga we have alles voll das ist ja scheiße so ah wir haben hier noch zwei Dinge ok so und dann nochmal hier und nochmal yeah noch zwei Stacks jetzt haben wir aber erstmal genug an Stacks jetzt oder jetzt haben wir fast eine halbe Truhe von ja eine halbe zusammen das reicht vielleicht für einen Turm ja 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 stimmt schon Junge da wir haben ja da in der Mitte machen wir dann den nächsten Turm ne und dann ist das ist schon wie so ein Weg das ist schon ja heftig guck mal gerade auf die guck mal wie lang allein wenn wir mal gucken wie lange die jetzt die zweite Mauer wird bis zum nächsten Turm die wird glaube ich ja so lange ja vor allem jetzt hatten wir ja eigentlich kaum jetzt haben wir ja nur mal das umgesetzt eben gerade was wir den Großteil der Mauer den hatten wir ja schon wir haben ja nur ein Teil erweitert und den Turm nochmal neu nebendran gebaut und das waren ja schon genug Stacks ja die wir dann noch dazu investiert haben wo wir vor das hat ja eigentlich nichts gebracht weil wir den Turm abgebaut haben hatten wir irgendwie kaum was an Sachen ne das hat es doch voll wieder voll viel gekostet ey die Mauer noch mal investiert haben und das nur um die paar Zentimeter da ich bin mir vor ich weiß nicht warum die Mauer von guck mal hier guck mal wo ist das hier hier habe ich es eingezeichnet gehabt hier ist das hier kommen die Mittelmauer dann hin hier das ist ein Weg von da bis da den wir mit Mauer machen müssen Alter Junge überhaupt nicht viel oder so ja wollen wir jetzt noch was Feld ernten oder einen Aufwand für heute oder ja machen wir es ok weee weeeet oh man oh man du du ist jetzt komplett fertig oder immer noch nicht ganz ja nur noch nicht ganz einfach machen ich drück den Hebel wie immer yeah Mr. Hebel hey Mr. Taliban Töne Nubiladen ey ruhe im Puff hier ey so so Aua willst du mal brennen oder was hier hm 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 hau 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 ach stärker hat er scheiße naja ist das nicht cool ne wie viel Leben hast du ich will es nicht auf einlegen Alex ich will es nur mal versuchen wie viel das geht wie viel das abzieht deswegen sag mal ob du voll hast ich will es nicht auf einlegen ja komm sag doch Junge lass einfach mal testen voll ja dann ist sehr gut und wie viel 3 ja gut geht ne mit Diamantrösten machst du mir fast gar nichts ja und mit dem anderen schon hier tu mir das Feld neu sehen bitte ja ich mach es mal aus ok hast du schon das ganze Ding gesnackt das ganze Weed ja ja also es ist fast zwei sind zwei Stecks Brot ja zwei, das war doch immer eineinhalb oder so oder ich habe einmal 64 und einmal 55 Brot ja aber gut alles in seiner eigenen Ruhe ja ist so aber dafür kriegst du ja wieder was ab das ist jetzt nur provisorisch da reingestopft ich habe noch drei Spitzarten boah hast du die Feldhacke? weil in der Truhe ist die nicht oder? die hau die hau ja ja ich hab die immer in der Truhe aus der Sinn reingemacht ja geh mal her das sind so zwei Felder die ja cool hey Mr. Taliban deine Mama yeah deine Mama kann mir mal die Jäsche lutschen nigger so einmal und äh du lernst einfach nicht ein ja Junge lass mich doch ich bin jung und ich ja ich muss die ganze Zeit das Wort benutzen das hast du mir damals so eingepläut du wohnst das nächste Mal nicht du nicht du nicht lieb bist du magst es ja ja hast du gerade die Kohlerflasche aufgemacht gerade gehorsche ich gehorsche den nicht kommt der jetzt auch mit seinem schwulen Handy an oder was? was ist das? das ist die peizze du Penner der sagst du also kommst du mit deinem Handy an mhm Soundboard drauf ne Mal komm ich mit ne echten an ja ja dann sind sie wirklich nehm dir an petze nehm dir an petze nehm dir an petze nehm dir an petze man peizze dich außerdem mach schneller mach schneller baut die mauer schneller hm parispekt schälen mit ne peizze ein äh parispekt schälen ja komm Auf Boah schon wieder ein Stack weg So 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 Oh yeah Letzte Folge wird ne Special Folge 5 Minuten länger oder was? Warum? Ja wie es so aussieht Wenn wir grad bei Oh fuck, gib mal mit dir die Hau Die Hau Oder komm mal, komm mal bitte, du dumme dir das ein Feld wieder machen Ich glaube wo ich bin Danke Bitte Oh Oh mein Ich freu mich schon drauf, wenn du deinen PC hast Da können wir endlich richtig geilen Stuff machen kannst du auch aufnehmen und ich habe schon wieder gesagt scheiße das ist unglaublich junge nur durch euch wurde ich so dass ich das Wort überhaupt gekannt habe man oder durch Kevin hast du das Wort vorher nicht gekannt ja oder durch Kevin mir ist halt einverleibt das zu sagen oder wir können auch erstmal das Wort war dir vorher nicht in deinem Wortsatz bekannt ist klar ja ich hab's aber nicht so inflationär benutzt wie jetzt so es muss einig für uns keine Worte lieben und für ihn verkehrt deine Regeln die sich die jene ist nur ist in einem Prozent einwärts des Bestes gesagt haben verraten sich in einem Brandsatz ist man was hier warte kurz muss ich sein Schwert holen was hat das überhaupt was stimmt was ein Prozent von Verzauberung was hat sich er dafür gewünscht was war dann immer das ist der Gliederfüße 5 4 für den 5 5 und Rüstungs 2 was ist für ein Prozent Angriffsschaden Jürgen immer gegen die Gründung aber auch immer so gezogen eineinhalb um die Runde so eine Tür bitte es ist ein Mönch nun müssen um ja wieder ein und andere was sie meint ab und noch kurz bis vor er hat so bloß breitender was hat man es meint hat was hat er ins angriffsschaden nicht bloß 10,75 angriffsschaden muss zwölf und mein erstes Mal ich habe vier und rückstoß 2 hat plus zwölf ne man kann ja ein paar mal verzaubern oder eigentlich ne nur einmal verzaubern aber kann man mehrmals verzaubern ich weiß es gar nicht ich glaub nicht aber man kann ja kommen wir werden ja egal genau wie es ich mach mal 48 38 ok egal ich werde es schon irgendwie aufteilen dass jede Folge zwei Minuten länger geht oder so weil wir jetzt sieben Minuten länger gemacht haben naja Leute gut Leute dann weiß es was bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal tschau